So, das ist jetzt das LF86 in Wollmarting, Funkrufname Florian Konstanz 742, das ist ein MAN und da steigen wir gleich ein. Das ist also der Mannschaftsraum auf der Fahrerseite. Ihr seht hier links im Bild zwei Handsprechfunkgeräte und zwei Leinenbeutel, direkt darunter ein Halter für die Atemschutzmaske sowie zwei rote Taschen. Da sind die Fluchtmasken drin, also falls Personen aus dem Gebäude gerettet werden, dass man denen irgendwas über den Kopf ziehen kann und die nicht gänzlich ungeschützt durch den Rauch laufen müssen. Dann kommt das Atemschutzgerät in der Halterung, dass sich der Angriffstruppführer im Fahrzeug gleich direkt mit Atemschutz ausrüsten kann. Danach unten das kleine Orangene mit den vier weißen Punkten. Das ist ein Ex-Warngerät. Das Gerät nimmt der Angriffstrupp mit, um zu prüfen, ob die Atmosphäre, in der er sich bewegt, also die Luft, in der er sich bewegt, wenn er ins verrauchte Gebäude geht, ob die explosionsgefährdet ist. Danach haben wir eine Verkehrswarnkelle, einmal rot, einmal grün, zwei Adalitmann-Lampen, die also pro Trupp eine Lampe mitgenommen wird. Der rechte Bereich vom Fahrzeugraum, vom Mannschaftsraum, da nochmal ein Atemschutzgerät, die Kübelspritze, also so für Kleinbrände, einfachstes Mittel, Handbetätigt, nochmal ein Handsprechfunkgerät und zwei weitere Leinenbeutel. So, das ist jetzt schon das nächste Bild. Das ist der Staukasten auf der Rückseite von der Mannschaftskabine, also sprich in Fahrtrichtung sitzend, ihr vier Personen. Ganz links eine weitere Adalit-Lampe, das Graue mit dem schwarzen Griff dran, ein Werkzeugkasten, danach rechts Anschlagmaterial. Das sieht man so an dieser Drahtöse. Das nächste Bild, ein Verbandskasten, sowie in dieser roten Tasche eine Decke für den Verletzten und ganz vorne drin von beiden Seiten eingeschoben oder einschiebbar die Verletzten-Trage. Jetzt blicken wir in den ersten Geräteraum auf der Fahrerseite. Hier sind verlastet zwei Atemschutzgeräte auf der rechten Seite, zwei beziehungsweise vier Ersatzflaschen, ein Wassersauger, das Standrohr, eine Feuerwehraxt, Schlauchbrücken, Verkehrsleitkegel und die Sicherungstrupp-Tasche. Da muss noch ein Atemschutzgerät rein, die nimmt dann der Wassertrupp mit ins Gebäude. Das ist der zweite Geräteraum auf der Fahrerseite. Oben habt ihr B-Schläuche sowie die Atemschutzmasken in der roten Kiste und darunter den Verteiler, einen Rauchvorgang in der roten großen Tasche sowie drei C-Schlauchtragekörbe. Das ist der Geräteraum hinten unten mit dem Pumpenbedienstand, der für die Jugendfeuer eigentlich uninteressant ist. Darüber habt ihr den Saugkorb, einen 5-Meter-B-Schlauch, das B-A-Sammelstück sowie zwei Kugelhähne. Das ist jetzt der hintere Geräteraum auf der Beifahrerseite mit B- und C-Schläuchen, Strahlrohren sowie oben auf der schwarzen Haspel eine Schnellangriffsleitung. Und das ist der weitere Geräteraum, der Geräteraum vorne auf der Beifahrerseite. Hier habt ihr oben das Schaumstrahlrohr, Werkzeugkiste, einen Forstarbeiterschutzhelm, einen 12-Kilo-Feuerlöscher, ein Pulverlöscher, eine Motorkettensäge samt dem Zugehör und im unteren Fach die Schaumkanister, den Zumischer, zwei Leitungsroller. Hinten dran in der orangenen Kiste die Warnflares. Das sind so kleine Sternchen mit einem leuchtenden Blinkring, die man auf die Straße legen kann, um die Verkehrsteilnehmer zu warnen. Sowie eine große Schublade, in der zwei Arbeitsscheinwerfer, das Stativ und die Brücke verlastet sind. So, wir betrachten jetzt gerade noch die Dachbeladung vom 1186. Da haben wir auf der Beifahrerseite eine dreiteilige Schiebeleiter, sowie zwei Feuerpatschen, einen Abzieher und einen Arbeitsscheinwerfer hinten drauf zusätzlich. Sowie auf der Fahrerseite einen Kasten, auf dem die vierteilige Steckleiter liegt. Sowie einen Einraßhaken mit Verlängerungsstück. Und im Kasten Dungabeln, Schaufeln, Besen, einen Abgasschlauch und zwei Säcke Ölbindemittel. Und damit haben wir das Fahrzeug eigentlich abgedeckt. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim nächsten Video. Tschüss!